Hallo, hier ist die Trude. Liebe Grüße an alle Fans von Löwenzahn und Pustenblume. Ich freue mich, dass ich von euch gehört habe und ich, wie ihr seht, habe ich mich ein bisschen verändert, bin so in die Jahre gekommen und jetzt kümmere ich mich nicht mehr um Peter Lustig, sondern ich habe zwei kleine Hunde, um die kümmere ich mich und ich würde mich sehr freuen, wenn wir mal zusammentreffen, aber ich bin ja oft im Ausland und wenn es aber mal passt, komme ich zu euch und dann machen wir einen drauf. Tschüss. Super.